Der nächste Drehtag, wieder ein wunderschöner Sommertag, führte uns wieder auf einen Berg. Diesmal auf den Grazer Schlossberg. Ohne Zufahrtsgenehmigung. Hier begegnen sich Peter und Gott zum ersten Mal und diesmal ging es wirklich darum, 50 Pizzaschachteln auf ein Fahrrad zu bekommen. Ja, wir sind da. Für die erste Einstellung dieser Szene ging es vom Berg wieder hinunter und quer durch die gesamte Innenstadt. Der ideale Blick auf den Schlossberg erfordert eben Muskelschmalz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 SWR